Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, euer Podcast-Format von O-Schuhn am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit. Wir starten mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Releases mit EK, Nike SB Blue Ribbon Cortez, Nike ACG Locate und Mountainfly Low, New Balance 991 Green Moss, Adidas Yeezy Foam Runner Sand, Adidas Forum Bad Bunny Baby Blue, Essex Gilkayano 14 Jaunt, Kangaroos Omni Racer Inside Job 1.5, Reebok Premier Road Modern Dark, Sock in the Shadow 6000 SNS, Puma Suede Nanamica, On mit Kith und SNS hat ihre Herbst-Kollektion gedroppt. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Haben zwar immer noch nicht alle den ersten Colorway des Tom Saxon Nike Craft General Purpose Schuh kaufen können, so folgt heute auf jeden Fall schon mal der zweite Farbweg. Irgendwas um das Farbspektrum Gelb herum ist der Rest wie gehabt langweilig und das sei an dieser Stelle auch nur gesagt, weil Saxon Nike das ja so wollen, einen Boring-Schuh. Der Hype drumherum ist dennoch wie gehabt groß, wir wünschen daher viel Glück. An dieser Stelle bereits besprochen, erscheint der Essex Gela 3 von und mit Awake in fröhlicher Farbvielfalt aus Grün, Gelb und Pink, heute auch global. Außerdem droppt heute die neue Kollektion von Ex-Palace Blonnie McCoy und seiner Londoner Brand Thames. Gräuliches Upper, schwarzer Streifen, Supply 350 Schriftzug, man kennt ihn, den Adidas Yeezy Boost 350 V2. Der Slate Colorway erscheint morgen. Poor Man's Eminem, so der unrühmliche Nickname des dennoch oder gerade deswegen clean und guten Air Jordan 4 Black Canvas, der morgen erscheint. Kann man aber natürlich auch wenig mit falsch machen mit diesem Colorway und dieser Silhouette, auch wenn das Jumpman-Logo auf der Ferse vorhanden ist. Außerdem gibt es morgen noch einen Air Jordan 6 Magnet in hellgrauem Suede, da tippe ich aber mal drauf, dass sich der nicht so schnell ausverkaufen wird, wenn überhaupt. Glück für all die, die einen haben wollen. Sonntag ist ja eher ein ungewöhnliches Release-Datum, aber der New Balance Fuel Cell RC Allet V2 von Tokyo Design Studio ist auch eher ein ungewöhnlicher Sneaker. Kommt er Blue Light Grey, doch mit einem Ripped Obermaterial. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre Godzilla mal kurz mit seiner Kralle drüber gegangen. Und am Donnerstag droppt dann der Nike Air Max Penny im Non-OG, aber sehr beliebten Photon Dust & Summit White Colorway. Kommen wir zum Fave Cop der Woche, da sage ich, ich passe diese Woche. Mehr dazu in den nächsten Minuten. In other news. First Look. Zwei neue Nike Air Jordan 1 High Travis Scott Samples sind aufgetaucht und die bereiten Hype-Kids und Fashion-BloggerInnen aktuell schlaflose Nächte. Einer der beiden kommt in lila-schwarz, der andere in weiß-rot und channel das, was finnige Sneaker-CustomizerInnen bereits vor einigen Monaten aus dem Heritage Air Jordan 1 High gebastelt haben. Ob und wann die Schuhe kommen, wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Anstatt einfach den True Blue Air Jordan 3 und damit einen OG-Colorway zu retronen, scheint sich die Jordan-Brand auf den ähnlichen, aber dennoch anderen Players-Exclusive-Colorway zu konzentrieren, den Michael Jordan während seiner Zeit bei den Washington Wizards getragen hat. Der hat dann statt des roten Jumpmans auf der Zunge eines besser zu den Teamfarben passenden Kupferfarben des Logos. Das ergibt Sinn, die Zeit von His Ernest bei den Wizards war ja natürlich eine legendäre und die gehört gefeiert. Ja, schöner Kommentar aus dem Internet an der Stelle. Der Wizard ist zum True Blue das, was der Cardinal zum Fire Red ist. Facts. Abseits davon hat die Jordan-Brand zig Styles für die nächsten Monate angeteast. Unter anderem ein Celtics-Colorway des Nike Air Jordan 1 High in bekannten Colorblocking, einen weiteren Air Jordan 1 High in pinken Denim, einen Air Jordan 2 Sail, einen Air Jordan 2 Cool Grey, einen Air Jordan 3 Lucky Green, einen Air Jordan 6 Toro, einen Air Jordan 7 White Infrared, einen Air Jordan 13 Flint, einen Air Jordan 14 Laney und diverse Low-Cut-Styles. Ob da was Zwingendes dabei ist und ob man es sich eventuell etwas sehr einfach bei der Jordan-Brand gemacht hat, bekannte Colorways von der einen Silhouette auf die andere zu shiften, bleibt eurem Geschmack überlassen. Oben Hemb, unten Krepp, so der Retro mit einem Twist eines viel geliebten Nike Air Max aus den 2000ern, erscheinen wie der Schuh Mitte des Monats. Wer erinnert sich noch an den Nike Vandal, diesen ikonischen Hightop mit Ankle-Strap? Unter anderem bekannt durch den Hollywood-Blockbuster Terminator hat Stussy laut aktuellen Gerüchten vor, der oft stiefmütterlich behandelten Silhouette im nächsten Jahr neues Leben einzurauchen. Wie und was, das müssen wir wohl vorerst noch abwarten. Mindestens spannende Idee aber. Nach dem 2002 Air scheint der 1906 der neue Must-Have-Future-Runner aus dem Hause New Balance zu werden. Zumindest, wenn man sich das Feedback auf die neuerlich vorgestellten Colorways anschaut, beziehungsweise die Menge beachtet, die New Balance hier bereit ist, in den Markt zu pushen. Da gibt's grün und rot und blau und grau und schwarz und alles meist auf viel Silber. Wann genau die General-Releases des 1906 erscheinen, ist noch nicht klar, aber wir mutmaßen mal ganz, ganz bald. Bei New Balance vergisst man gerne aber auch, dass sie, genauso wie Nike und Adidas, auch eine Skateboard-Sparte haben. Numeric. Dort zu finden ist Pro-Skateboarder Thiago Lemos und dieser bekommt nun seinen zweiten Signature-Sneaker. Der 808 ist eine klassische Skateboard-Silhouette inklusive Endurance, Outsole und vernünftigen Padding. Wer Lust hat, sich das mal anzuschauen, den NB Numeric 808 gibt es ab diesem Monat in den Shops und wer mehr über den Schuh und seine Entwicklung erfahren möchte, drüben bei Flatspot gibt's dazu einen schönen Long-Read. Jaunt kann Essex, Jaunt kann auch Puma. Zumindest in China, warum auch immer, erscheint bald ein Puma Suede zusammen mit dem Moodboard Turned Into Brand von Justin Saunders. Fehlen eigentlich nicht mehr viele Sportswear-Brands, dann hat Jaunt auch allemal durch. Berliner Retailer HHV hat seine erste Sneaker-Colab angekündigt. Die geschieht mit der slowakischen Brand Novesta auf ihrem Star Master und erscheint am 9.9. Nachdem Nanamica zuletzt mit Puma gearbeitet hat, gibt es Mitte September eine gemeinsame Kollektion mit Awake NY. Und Yay hat mal wieder Lust auf Streit. Jetzt wirft er Gap vor, Teile seiner Yeezy Gap-Engineered-by-Balenciaga-Kollektion zu rappen. Wird halt auch nicht langweilig im Hause formerly known as West, der hätte die sehr spacig angehauchten Teaser einer womöglich neuen Kollektion meiner Meinung nach aber auch ausgereicht. Noch ein Gerücht zum Schluss. Daniel Lee soll Ricardo Tischis Position als Creative Director von Burberry übernehmen. Oha. Ach ja, alles wird teurer. Auch Sneaker. Ob aus Inflationsgründen, Produktionsgründen, Materialgründen oder einfach nur weil Brands Lust haben, mehr Geld zu verdienen. Auch hier dreht sich die Preisschraube fröhlich nach oben. Hilft vielleicht aber ja auch etwas genauer über den Next Cop nachzudenken. Gutes Memo auch an mich selbst. Deswegen auch kein Cop in dieser Woche. Zumindest kein geplanter. Und die hiphop.de News der Woche beschäftigt sich mit gleich zwei Enden, und zwar den von fettesbrot und rap.de. Mehr dazu wie immer auf www.hiphop.de. Und die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High Fives & Stage Dives. Solltet ihr hören, solltet ihr folgen. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche, powered by StockX. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM, Facebook Messenger, YouTube Kommentar oder E-Mail verlosen wir am Ende des Monats einen Sneaker eurer Wahl im Wert von 250 Euro auf StockX. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst. Die Frage der Woche lautet, welchem Air Jordan sollte die Jordan-Brand mehr Liebe und Aufmerksamkeit schenken? Slidet in unsere DMs, wir freuen uns auf eure Meinung. Letzte Woche hatten wir gefragt, welche filmische Sneaker-Dokumentation ist euer Faith? Das Statement der Woche kommt von Ed Max Marlon K. Meine Lieblings-Sneaker-Doku ist die kurze Dokumentation von Hypebeast zur Nike und Sakai Collaboration. Statement. Last but not least. Sonntag erschien die 113. Episode von O'SHUN und in dieser haben wir uns nach Amsterdam begeben, denn da wurde schließlich der Air Max One Putter released. Wir haben euch also mal wieder eine Reportage mitgebracht, live von vor Ort des Geschehens, im Interview ein paar spannende Gäste, unter anderem Tim Sabayo aka Tim Putter. Und warum dieser einen kompletten Lachanfall bekommt, all das und noch vieles mehr in Episode 113. Noch nicht gehört? Nachholen. Wer übrigens mehr über den Aufstieg von New Balance und die Hintergründe dazu erfahren möchte, ist das doch gerade ein allseits beliebtes Thema der Sneaker-Medien, der kann sich unsere Episode 68 aus dem Dezember 2020 anhören. Darin hatten wir das Thema in seiner ganzen Tiefe beleuchtet und bieten euch alle Hintergründe, die ihr wissen müsst. Und wer danach noch ein bisschen mehr Podcast hören möchte, ich hatte die Ehre, Gast beim All Ball Podcast von Kix zu sein und dort über O'SHUN, Basketball, Sneaker und Basketball-Sneaker zu sprechen. Ist seit gestern über alle Podcast-Plattformen zu hören, gerne mal auschecken. Und der Shoutout in dieser Woche geht an meine Galeristen-Nachbarn, die sich genau während der Aufnahme dieser Folge überlegen mussten, ihren Showroom umzudekorieren. Also falls es im Hintergrund etwas hämmert, entweder sind es die Kopfschmerzen, weil ihr aus einem Donnerstag mal wieder einen kleinen Freitag gemacht habt oder eben meine Nachbarn. Sorry. Das waren die O'News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O'News und den O'SHUM Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal.